Der Mann mit den großen Eckzähnen von Edgar Wallace »Mord ist eigentlich das zufälligste Verbrechen, mein lieber George«, sagte Leon González zu Manfred. Dabei nahm er seine große Hornbrille ab und schaute ihn sinnend an. Manfred, der Anführer der vier Gerechten, liebte diesen Gesichtsausdruck seines Freundes und betrachtete ihn sehr vergnügt. »Pokar pflegte zu sagen, dass Mord eine sichtbare Äußerung von Hysterie sei«, erwiderte er lächelnd, »aber warum sprichst du beim Frühstück über so grässliche Dinge?« González setzte seine Brille wieder auf und wandte sich scheinbar aufs Neue dem Studium seiner Zeitung zu. Er überhörte seinen Freund nicht absichtlich, sondern sein Geist war, wie George Manfred wohl wusste, so vollständig von seinen Gedanken beschäftigt, dass er die Frage überhaupt nicht vernommen hatte. Er blickte auch in die Zeitung ohne zu lesen. Plötzlich begann er wieder zu sprechen. »Achzig Prozent aller Menschen, die unter Mordanklage stehen, kommen zum ersten Mal mit dem Gericht in Berührung. Deshalb sage ich immer, dass Mörder eigentlich nicht zu den wirklichen Verbrechern gehören. Ich spreche natürlich von den Mördern der angelsächsischen Rasse. Es sind faszinierende Leute, George, wirklich faszinierend.« Sein Gesicht leuchtete vor Begeisterung. »Ich habe mich noch nicht zu dieser Anschauung durchringen können,« entgegnete Manfred. »Mir sind sie einfach schrecklich. Für mich ist Mord immer noch die Verkörperung des größten Unrechts.« »Vielleicht hast du recht,« antwortete González zerstreut. »Wie kamst du eigentlich auf diese merkwürdigen Gedanken?« fragte Manfred, als er seine Serviette zusammenrollte. »Gestern Abend habe ich einen Mann mit einer richtigen Mörderphysiognomie getroffen. Er bat mich um ein Streichholz und lachte, als ich es ihm gab. Ich konnte seine wunderbaren Zähne sehen. Sie waren vollkommen, nur...« »Nur was denn?« »Nur die Eckzähne waren ungewöhnlich stark und lang. Außerdem hatte er tiefliegende Augen, erstaunlich gerade braun und unregelmäßige Gesichtszüge. Die letzte Eigenschaft deutet allerdings nicht unbedingt auf einen Verbrecher. »Das klingt ja, als wäre er ein richtiges Scheusal gewesen.« »Im Gegenteil.« González beeilte sich den falschen Eindruck, den seine Worte hervorgerufen hatten, zu verbessern. »Er sah sehr gut aus. Nur jemand, der sich eingehend mit Physiognomie beschäftigt, konnte die Unregelmäßigkeit in seinen Gesichtszügen wahrnehmen. Oh nein, er konnte sich wirklich sehen lassen.« González erklärte noch näher, unter welchen Umständen er den Fremden getroffen und kennengelernt hatte. Er hatte am vorhergehenden Abend ein Konzert besucht, um die Wirkung der Musik auf bestimmte Typen von Menschen zu studieren. Sein ganzes Programm war mit Notizen vollgekritzelt, und er hatte nachher fast die halbe Nacht damit zugebracht, seine Beobachtungen auszuarbeiten. »Er ist der Sohn von Professor Tableman. Mit seinem Vater steht er allerdings nicht sehr gut, weil dieser die Wahl seiner Verlobten nicht belicht. Außerdem hasst er seinen Vetter.« Manfred lachte laut. »Du bist wirklich großartig. Hat er dir das alles freiwillig erzählt, oder hast du ihn hypnotisiert und alle diese Nachrichten aus ihm herausgelockt? Übrigens hast du mich noch gar nicht gefragt, was ich gestern Abend getan habe. González steckte sich umständlich eine Zigarette an.« »Der junge Tableman ist fast zwei Meter groß kräftig gebaut und hat solche Schultern.« Er hielt die Zigarette in der einen Hand, das brennende Streichholz in der anderen, um damit die ungewöhnliche Breite des jungen Mannes anzudeuten. »Er hat große, starke Hände. Außerdem ist er ein bekannter Fußballspieler. Wo bist du denn nun gestern Abend gewesen, George? Entschuldige, dass ich dich nicht eher danach gefragt habe.« »In Scotland Yard«, entgegnete Manfred. Aber wenn er erwartet hatte, durch diese Mitteilung eine Sensation hervorzurufen, so mußte er enttäuscht sein. Aber offenbar kannte er Leon genügend, um daran überhaupt nicht zu denken. »Scotland Yard ist ein ganz interessantes Gebäude,« meinte González. »Der Architekt hätte nur die Westfassade nach Süden verlegen sollen, obwohl die versteckten Eingänge ganz mit dem Charakter des Baus übereinstimmen. Es fiel dir nicht schwer, dort Bekanntschaften anzuknüpfen.« »Nicht im Mindesten. Man kennt dort meine Arbeiten in Verbindung mit dem spanischen Strafgesetzbuch und mein Werk über Fingerabdrücke, und ich habe sofort Zutritt zum Polizeipräsidenten bekommen.« Manfred war in London als der hervorragende Schriftsteller über Kriminologie, Señor Fuentes, bekannt. Er und sein Freund Leon González hatten als spanische Wissenschaftler die besten Empfehlungsschreiben des spanischen Justizministers bei sich, die ihnen alle Türen öffneten. Manfred hatte lange Jahre in Spanien gelebt, und González war dort geboren. Der starke, freundliche Pokal, der dritte, der berühmten vier Gerechten, verließ selten seinen schönen Garten in Cordova. Vor zwanzig Jahren hatte auch noch der vierte gelebt. »Das musste unserem Freund Pokal schreiben,« meinte Leon. »Er wird sich sehr dafür interessieren. Heute Morgen habe ich einen Brief von ihm bekommen. Zwei seiner Mutterschweine haben Junge geworfen, und seine Orangenbäume stehen in Blüte.« Er lachte, wurde aber plötzlich wieder ernst. »Diese Polizeibeamten haben dich also an ihr Herz gedrückt?« Manfred nickte. »Sie waren sehr liebenswürdig und zuvorkommend. Wir werden morgen mit dem Polizeidirektor Mr. Reginald Fair zum Mittag speisen.« »Die Methoden der englischen Polizei sind seit unserem letzten Aufenthalt in London bedeutend besser geworden, Leon. Die Abteilung für Fingerabdrücke ist einfach musterhaft, und die neuen Leute, die man eingestellt hat, sind sehr intelligent und geschickt.« »Sie werden uns noch hängen,« sagte Leon vergnügt. »Ich glaube kaum,« erwiderte sein Freund. »Das Essen im Ritz-Karten war recht gemütlich, und besonders Gonzales fühlte sich sehr angeregt. Mr. Fair, ein Mann von mittleren Jahren, war nicht nur ein hervorragender Beamter und liebenswürdiger Gesellschafter, sondern auch ein befähigter Wissenschaftler auf seinem Spezialgebiet.« Die Unterhaltung drehte sich bald lebhaft um die Ansichten und Beobachtungen von Meryl Lombroso, Fair, Mantegazza und Ellis. »Für den gewohnheitsmäßigen Verbrecher besteht das Leben aus einer Reihe von Gefängnisstrafen, und wenn er gerade einmal nicht hinter Schloss und Riegel sitzt, denkt er an neue Taten und genießt das Leben so gut er kann,« sagte Mr. Fair. »Dieser Ausspruch stammt nicht von mir, sondern ist schon über 100 Jahre alt. Mit den gewohnheitsmäßigen Verbrechern kommt man leicht aus, aber wenn man mit Leuten zu tun hat, die nicht der Verbrecherklasse angehören, den Mördern, den zufälligen Gesetzesübertretern...« »Das stimmt,« unterbrach ihn Gonzales. »Ich behaupte immer.« Er kam aber nicht dazu, seine Ansicht zu äußern, denn ein Page brachte Mr. Fair einen Brief. Der Polizeidirektor entschuldigte sich und überflog das Schreiben schnell. »Hm, das ist ein sonderbares Zusammentreffen.« Er sah Manfred nachdenklich an. »Neulich sagten sie, dass sie die Beamten von Scotland Yard gerne aus der Nähe bei der Arbeit beobachten möchten, und ich versprach, ihnen eine Gelegenheit dazu zu geben. Sie ist schon da.« Mr. Fair winkte den Kellner heran und zahlte seine Rechnung. »Ich werde mir wahrscheinlich auch Ihre reiche Erfahrung zunutze machen,« fuhr er dann fort, »denn es ist möglich, dass wir bei diesem Fall alle Hilfe in Anspruch nehmen müssen, die wir nur irgendwie erreichen können.« »Worum handelt es sich denn?« fragte Manfred, als sie in dem Auto Mr. Fair saßen, das sich mühsam durch den lebhaften Verkehr bei Hyde Park Corner durcharbeitete. »Man hat einen Mann unter außergewöhnlichen Umständen tot aufgefunden. Er nahm eine hervorragende Stellung in der wissenschaftlichen Welt ein. Vielleicht ist Ihnen der Name auch bekannt, ein gewisser Professor Tableman?« »Tableman?« fragte Gonzales erstaunt. »Das ist doch zu merkwürdig. Sie sprachen vorhin von einem sonderbaren Zusammentreffen. Nun will ich Ihnen einen anderen Fall erzählen.« Er berichtete von seiner Begegnung mit dem Sohn des Professors. »Persönlich,« fuhr Gonzales fort, »betrachte ich solche Duplizitäten als etwas Normales. Wenn ich morgens eine Rechnung erhalte, so bin ich sicher, dass ich an demselben Tag noch eine oder mehrere zugesandt bekomme. Und wenn mir ein Scheck mit der ersten Post zugestellt wird, so weiß ich gewiss, dass mit der zweiten oder dritten noch einer einläuft. Eines Tages werde ich diesen Zusammenhängen noch einmal genauer nachforschen.« »Professor Tableman wohnt in Chelsea,« erklärte Mr. Fair. »Vor einigen Jahren kaufte er sein jetziges Haus von einem Künstler und ließ das geräumige Atelier in ein Laboratorium umwandeln. Er las an der Bloomsbury-Universität über Physik und Chemie und besaß ein beträchtliches Vermögen. Ich kannte ihn persönlich und speiste noch ungefähr vor einem Monat mit ihm zu Abend. Er hatte damals eine Auseinandersetzung mit seinem Sohn. Der Professor war ein eigenwilliger, unbeugsamer Mann, einer dieser alten Leute, die sich ein Vorbild an den Patriarchen des Alten Testaments nehmen und die milden Lehren des Neuen Testaments nicht kennen. Inzwischen waren sie vor Tablemans hübschem, modernem Haus angekommen. Es lag in einer der Straßen, die von Kings Road abzweigen. Offenbar war die Nachricht von dem traurigen Ereignis bis jetzt nicht bekannt geworden, denn die übliche Menge neugieriger Zuschauer hatte sich noch nicht eingefunden. Ein Detektiv erwartete sie und führte Mr. Fair durch einen gedeckten Gang, der an der Seite des Hauses entlang lief. Dann stiegen sie eine Reihe von Stufen empor, die direkt zu dem Laboratorium führten. Der große Raum zeigte kein außergewöhnliches Aussehen, nur war er sehr gut erleuchtet, da eine der Wände aus einem großen Fenster bestand und die Decke des Raumes von einem abfallenden Glasdach gebildet wurde. Breite Arbeitstische standen an beiden Denkseiten. Ein großer Tisch in der Mitte war mit wissenschaftlichen Apparaten bedeckt, während zwei lange Regale über den Tischen mit Flaschen und Gefäßen gefüllt waren, die wahrscheinlich Chemikalien enthielten. Ein hübscher junger Mann erhob sich von einem Stuhl, als sie eintraten. »Ich bin John Munsey«, sagte er, »der Neffe des Professors. Vielleicht entsinnen Sie sich an meinen Namen, Mr. Fair. Ich assistierte meinem Onkel bei seinen Experimenten.« Fair nickte. Er betrachtete die Gestalt, die zwischen den Bänken und dem großen Tisch auf dem Boden lag. »Ich habe ihn nicht angerührt«, sagte der junge Mann mit leiser Stimme. »Ich habe alles so gelassen, wie es war. Nur die Detektive, die hierher kamen, haben seine Lage etwas verändert, um dem Arzt bei der Untersuchung zu helfen.« Professor Tableman war von großer, hagerer Gestalt. In seinen Gesichtszügen prägten sich unverkennbar Schrecken und Todesangst aus. »Es sieht so aus, als ob er erwürgt worden wäre«, meinte Fair. »Hat man einen Strick oder eine Schnur gefunden? Nein, auch die Detektive äußerten die Ansicht, und wir haben daraufhin das ganze Laboratorium eingehend untersucht, aber nichts derartiges gefunden.« González kniete bei dem Toten nieder und schaute interessiert auf den nackten Hals. Um die Kehle lief ein blauer Streifen, der tief eingeschnitten war. Zuerst hielt er ihn für ein Band aus durchsichtigem Stoff, aber bei näherer Betrachtung erkannte er deutlich, dass nur die Haut so verfärbt war. Dann schaute er auf den Tisch, neben dem der Professor niedergefallen war. »Was ist denn das?« fragte er und zeigte auf eine kleine grüne Flasche, neben der ein leeres Glas stand. »Das ist eine Flasche Likör«, erwiderte Mr. Mansi. »Mein armer Onkel trank gewöhnlich ein Gläschen, bevor er sich schlafen legte.« »Gestatten Sie«, fragte Leon, und Fair nickte. González nahm das Glas auf und roch daran, dann hielt er es gegen das Licht. »Das Glas wurde gestern Abend nicht mit Likör gefüllt. Er muss also getötet worden sein, bevor er trinken konnte«, sagte Mr. Fair. »Mr. Mansi, würden Sie mir einmal die ganze Geschichte erzählen, soweit Sie sie wissen? Schlafen Sie eigentlich hier im Haus?« Nachdem Mr. Fair den Detektiven einige Aufträge gegeben hatte, folgte er dem jungen Mann in die Bibliothek des verstorbenen Professors. »Ich war der Assistent meines Onkels und seit drei Jahren sein Sekretär«, begann Mr. Mansi. »Das Verhältnis zwischen uns ist immer herzlich gewesen. Mein Onkel brachte den Morgen gewöhnlich in der Bibliothek zu. Am Nachmittag arbeitete er entweder im Laboratorium oder in seinen Arbeitsräumen auf der Universität. Nach dem Abendessen beschäftigte er sich dann mit seinen Experimenten im Laboratorium, bis er sie schlafen legte.« »Speiste er gewöhnlich zu Hause?«, fragte Mr. Fair. »Ja, nur wenn er abends noch eine Vorlesung hatte oder in einer wissenschaftlichen Gesellschaft einen Vortrag hielt, speiste er im Royal Societies Club in der St. James Street.« »Wie Sie wahrscheinlich wissen, hatte sich mein Onkel mit seinem Sohn Stephen überworfen. Der junge Tableman ist ein guter Freund von mir und ich habe alles getan, was in meiner Macht stand, um die beiden wieder miteinander auszusöhnen. Ungefähr vor zwölf Monaten schickte mein Onkel nach mir und sagte mir hier in der Bibliothek, dass er sein Testament geändert und sein ganzes Vermögen mir vermacht hätte. Sein Sohn wäre vollständig enterbt. Ich war sehr beunruhigt, ging sofort zu Stephen und bat ihn, keine Zeit zu versäumen und sich mit seinem Vater wieder zu vertragen. Aber Stephen lachte nur und sagte, dass ihm nichts an dem Geld seines Vaters läge und dass er lieber auf sein Erbe verzichten wolle, bevor er Miss Faber aufgäbe. Der ganze Streit mit seinem Vater drehte sich nämlich um seine Verlobung. Er wollte lieber mit dem kleinen Einkommen Vorlieb nehmen, das ihm aus dem Erbteil seiner Mutter zufloss. Als ich bei meinem Vetter nichts ausrichten konnte, ging ich zu dem Professor zurück und bat ihn, seinen Sohn wieder als Erben in sein Testament einzusetzen. »Ich gebe zu«, fuhr er lächelnd fort, »dass ich wohl ein kleines Legat erwarten durfte. Ich habe dasselbe Spezialgebiet als Wissenschaftler wie mein Onkel und ich habe den Ehrgeiz, seine Lebensarbeit fortzusetzen.« Aber der Professor wollte nichts von meinem Vorschlag hören. Er war sehr ungehalten und ärgerlich, und ich hielt es für besser, nicht weiter über die Angelegenheit zu sprechen. Trotzdem legte ich mit der Zeit immer wieder ein gutes Wort für Stephen ein, und als der Professor letzte Woche in einer ungewöhnlich günstigen Stimmung war, habe ich die ganze Sache wieder vorgebracht, und er stimmte auch zu, dass er seinen Sohn wieder sehen wolle. Sie trafen sich hier im Laboratorium. Ich war bei der Unterredung nicht zugegen, aber ich nehme an, dass es einen schrecklichen Streit gegeben hat. Als ich hereinkam, war Stephen schon fort. Mr. Tableman war außer sich vor Zorn. Offensichtlich hat er darauf bestanden, dass Stephen seine Verlobung lösen solle, was dieser schroff ablehnte. »Auf welchem Weg kam Stephen denn in das Laboratorium?« fragte Gonzales. »Gestatten Sie, dass ich diese Frage stelle, Mr. Fair?« Der Polizeidirektor nickte. »Er kam durch den seitlichen Gang. Nur wenige Leute betreten das Haus, außer solchen, die in rein wissenschaftlichen Angelegenheiten kommen.« »Dann kann man also zu jeder Zeit ins Laboratorium gelangen.« »Ja, bis abends das äußere Gartentor abgeschlossen wird,« erwiderte der junge Mann. Mein Onkel pflegte jeden Abend noch einen kleinen Spaziergang zu machen, bevor er zu Bett ging, und benutzte gewöhnlich diesen Ausgang. »War das Gartentor gestern Abend geschlossen?« »Nein, das war eins der ersten Dinge, die ich nachprüfte. Das Tor nach draußen war nicht zugeschlossen und stand nur angelehnt.« »Es ist ja eigentlich kein festes Tor, sondern nur ein Eisengitter, wie Sie wohl bemerkt haben.« »Fahren Sie nun fort,« sagte Mr. Fair und nickte. Der Professor beruhigte sich allmählich wieder. Ein paar Tage lang war er sehr still und nachdenklich. Ich glaube, sein Verhalten tat ihm leid. »Am Montag?« »Was haben wir heute?« »Donnerstag.« »Ja, es war Montag,« sagte er zu mir. »John, wir wollen noch einmal über Stephen sprechen. Glaubst du, dass ich ihm Unrecht getan habe?« »Du warst sehr hart gegen ihn, Onkel«, erwiderte ich. »Ja, vielleicht war ich zu schroff. Miss Faber muss doch ein sehr anziehendes Mädchen sein, wenn Stephen ihren Wegen auf sein Erbe verzichten will.« Auf diese Gelegenheit hatte ich gewartet, und ich versuchte nun mit allen Mitteln, meinen Onkel wieder für Stephen günstig zu stimmen. Schließlich gab der alte Mann nach und sandte Stephen ein Telegramm, indem er ihn bat, gestern Abend noch einmal hierher zu kommen. Der Professor muss schwer mit sich gekämpft haben, um seinen Widerstand gegen Miss Faber aufzugeben, denn wenn es sich um erbliche Belastung handelte, war er sonst ganz fanatisch und unbeugsam. »Was meinen Sie mit erblicher Belastung?« unterbrach ihn Manfred schnell. »Was stimmte denn bei Miss Faber nicht?« »Ich weiß es nicht.« Mr. Mansey zuckte die Achseln. »Aber der Professor hatte gehört, dass ihr Vater in einem Trinkerheim gestorben sein soll. Meiner Meinung nach war das Gerücht vollständig haltlos.« »Was geschah denn nun gestern Abend?« fragte Mr. Fair. »Soweit ich weiß, kam Stephen zu der Unterredung. Ich hielt mich wohlweislich fern und schrieb in meinem eigenen Zimmer einige Briefe, die schon lange fällig waren. Ungefähr um halb zwölf kam ich herunter, aber der Professor war noch nicht in die Wohnung zurückgekommen. Von hier aus können Sie die Fenster des Laboratoriums sehen, und als ich bemerkte, dass drüben noch Licht brannte, dachte ich, die Unterredung hätte sich in die Länge gezogen. Ich hoffte, dass sich die beiden versöhnen würden, wollte nicht weiter stören und ging zu Bett. Es war früher, als ich mich gewöhnlich hinlege, aber es war nichts Besonderes daran, dass ich dem Professor nicht gute Nacht sagte. Und heute Morgen wurde ich um 8 Uhr vom Hausmeister geweckt. Er sagte mir, dass der Professor nicht in seinem Zimmer sei, auch das war nicht merkwürdig. Manchmal, wenn er spät im Laboratorium gearbeitet hatte, setzte er sich nur in seinen Armsessel und schlief dort, ohne sich auszukleiden. Ich habe ihm darüber Vorhaltungen gemacht, so oft ich nur konnte, aber er ließ sich in dieser Beziehung nichts sagen. Ich zog meinen Bademantel an und ging ins Laboratorium hinunter, das man auf dem Weg erreichen kann, den wir eben gegangen sind. Als ich eintrat, sah ich ihn auf dem Boden liegen und fand zu meinem Entsetzen, dass er tot war. »Stand die Tür zum Laboratorium offen?« fragte Gonzales. »Sie war angelehnt.« »Und die Gartentür war auch angelehnt.« Manse nickte. »Haben Sie nichts von einem Streit gehört?« »Nichts.« »Es wurde draußen geklopft. Manse ging zur Tür und öffnete.« »Es ist Stephen«, sagte er. Gleich darauf trat der junge Mr. Tableman ein. Hinter ihm erschienen zwei Detektive. Sein Gesicht war blass, und als er seinen Vetter mit einem schwachen Lächeln begrüßte, sah Manfred die außerordentlich starken Eckzähne. Die anderen Zähne waren von normaler Größe. Stephen Tableman war von riesiger Körpergröße, und als Manfred seine großen Hände bemerkte, biss er sich nachdenklich auf die Lippen. »Haben Sie die traurige Nachricht erhalten, Mr. Tableman?« »Ja«, sagte Stephen mit leiser, zitternder Stimme. »Kann ich meinen Vater sehen?« »Gleich«, entgegnete Mr. Fehrscharf. »Sie müssen erst ein paar Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Vater zuletzt gesehen?« »Ich habe ihn noch gestern Abend lebend getroffen«, erwiderte Stephen schnell. »Er hatte mich in das Laboratorium bestellt, und wir hatten eine lange Aussprache miteinander.« »Wie lange waren Sie hier?« »Ungefähr zwei Stunden, soweit ich mich besinnen kann.« »Verlief die Unterredung friedlich und freundlich?« »Ja.« »Mein Vater war sehr lieb zu mir«, sagte Stephen mit besonderem Nachdruck. »Seit über einem Jahr«, er zögerte einen Augenblick, »haben wir uns zum ersten Mal ruhig über eine gewisse Angelegenheit unterhalten können.« »Sie sprachen mit Ihrem Vater über Ihre Verlobte, Miss Faber?« Stephen sah ihn ruhig an. »Ja, wir sprachen über Sie.« »Haben Sie auch noch über anderes mit Ihrem Vater gesprochen?« Stephen zögerte abermals. »Wir haben auch über Geld gesprochen«, sagte er dann. »Mein Vater hatte die Summe, mit der er mich unterstützte, nicht weiter ausgezahlt, und ich war infolgedessen in einiger Verlegenheit. Ich hatte mein Konto bei der Bank überzogen, und er versprach mir, die Sache in Ordnung zu bringen. Auch haben wir uns über die Zukunft unterhalten.« »Kam auch das Testament zur Sprache?« »Ja«, mein Vater sagte, dass er seinen letzten Willen ändern wolle. Bei diesen Worten sah er lächelnd zum Ansi hinüber. »Mein Vetter hat mich stets verteidigt und alles getan, was er für mich tun konnte. Ich kann ihm nicht dankbar genug sein, dass er in diesen traurigen Zeiten treu zu mir gehalten hat.« »Haben Sie das Laboratorium durch den Seitenausgang verlassen?« Stephen nickte. »Und Sie haben die Tür geschlossen?« »Mein Vater hat zugeschlossen. Ich kann mich deutlich darauf besinnen, dass ich das Schloss einschnappen hörte, als ich den Gartenweg entlang ging.« »Kann die Tür von außen geöffnet werden?« »Ja, es ist ein Schloss dran. Aber der einzige Schlüssel ist im Besitz meines Vaters. Das stimmt doch, John.« Mr. Munsey nickte. »Wenn Professor Tableman, also die Tür schloss, konnte sie nur von jemand geöffnet werden, der selbst in dem Laboratorium war?« Stephen schaute erstaunt auf. »Ich verstehe die Bedeutung dieser Frage nicht ganz. Der Detektiv sagte mir, dass mein Vater tot aufgefunden wurde. Was war denn die Todesursache?« »Ich nehme an, dass er erdrosselt wurde,« erklärte Mr. Fair ruhig. Stephen trat entsetzte einen Schritt zurück. »Erdrosselt,« wiederholte er leise. »Aber er hatte doch keinen Feind auf der ganzen Welt.« »Das wird die Untersuchung ergeben,« sagte Fair trocken. »Sie können jetzt stehen, Mr. Tableman.« Nach einem kleinen Zögern entfernte sich Stephen und ging in das Laboratorium. Nach einer Viertelstunde kam er totenbleich zurück. »Es ist zu schrecklich, mein armer Vater.« »Soweit ich weiß, haben Sie Medizin studiert, Mr. Tableman?« »Ich glaube, Sie sind Assistenzarzt am Middlesex Hospital,« sagte Mr. Fair. »Sind Sie auch der Meinung, dass Ihr Vater erdrosselt wurde?« Stephen nickte. »Es sieht so aus.« Das Sprechen fiel ihm schwer. »Ich konnte die Untersuchung nicht so objektiv durchführen, als wenn es ein Fremder gewesen wäre, aber es sieht so aus.« Manfred und Leon kehrten in ihre Wohnung zurück. Manfred konnte am besten nachdenken, wenn er in Bewegung war. Schweigend gingen sie nebeneinander her. Jeder war in seinen eigenen Gedanken vertieft. »Hast du die großen Eckzähne bemerkt?« fragte Leon noch einer Weile triumphieren. »Ich habe aber auch gesehen, dass Stephen Tableman offenbar sehr niedergeschlagen war,« erwiderte Manfred. Leon lachte leise vor sich hin. »Scheinbar hast du die wunderbare Monographie Mandegatzas über die »Psychologie des Schmerzes« nicht gelesen,« sagte er ein wenig überheblich. Er konnte manchmal sehr mit seinem Wissen prunken. »Und ebenso wenig kennst du wahrscheinlich die herzlichen Tabellen Mandegatzas über synonyme Gesichtsausdrücke, sonst wäre dir klar, dass der Ausdruck des Schmerzes, von dem der Reue, nicht zu unterscheiden ist.« Manfred betrachtete seinen Freund mit einem ruhigen Lächeln. »Jeder, der dich kennt, Leon, würde glauben, du seist felsenfest davon überzeugt, dass Professor Tableman von seinem Sohn erdrosselt wurde.« »Nach einem heftigen Streit,« fügte Leon Gonzalez selbstgefällig hinzu. »Du hast das Laboratorium noch einmal besichtigt? Nachdem der junge Tableman gegangen war, hast du was entdeckt?« »Nicht mehr, als ich erwartete,« erwiderte Gonzalez. »Ich habe die gebräuchlichen Apparate zur Herstellung flüssiger Luft, die Behälter zu ihrer Aufbewahrung und die üblichen elektrischen Schmelztiegel gesehen. Ich gebe zu, dass meine Nachforschungen überflüssig waren, denn als ich in das Laboratorium kam und die Thermosflasche mit dem Wattebausch sah, wusste ich sofort, wie der Mord begangen wurde, denn es war natürlich Mord.« Plötzlich runzelte er die Stirn. »Santa Miranda,« rief er. Gonzalez fluchte gerne bei dieser nicht existierenden Heiligen. »Das habe ich ja ganz vergessen.« Er schaute die Straße hinauf und hinunter. »Dott ist ein Laden, von dem aus wir telefonieren können. Willst du mit mir kommen, oder willst du hier auf mich warten?« »Ich bin sehr neugierig, was du zu fragen hast,« erwiderte Manfred. Sie traten zusammen in das Geschäft, und Gonzalez wählte sofort eine bestimmte Nummer am Apparat. Manfred fragte nicht, woher er sie wusste, denn auch er hatte sie an dem Telefon im Laboratorium des Professors bemerkt. »Sind Sie dort, Mr. Mansey?« fragte Gonzalez. »Sie wissen, wer ich bin. Ich habe eben ihr Haus verlassen. Ich dachte mir schon, dass Sie mich an der Stimme wiedererkennen würden. Ich möchte Sie nur noch fragen, wo die Brille des Professors ist.« »Die Brille des Professors?«, wiederholte Mansey nach einem kurzen Zögern. »So viel ich weiß, trug er sie doch.« »Ich habe sie nicht bei ihm gesehen und auch nicht in seiner Nähe. Würden Sie so freundlich sein, einmal nachzusehen, ob sie in seinem Zimmer ist. Ich werde so lange am Apparat bleiben.« Gonzalez summte eine Melodie aus der Operette El Piero Chico, die vor einigen Jahrzehnten oft in Madrid gespielt wurde. Aber plötzlich war er still und lauschte aufmerksam. »In dem Schlafzimmer des Professors. Ich danke Ihnen vielmals.« Er hängte den Hörer an. Manfred erhielt keine weitere Erklärung. Er erwartete sie auch gar nicht, denn Leon liebte es immer, sich in Geheimnisse einzuhüllen. »Die großen Eckzähne«, sagte er noch einmal. Sie schienen ihm viel Spaß zu machen. Als Gonzalez am nächsten Morgen zum Frühstück kam, teilte ihm der Kellner mit, dass Manfred schon zeitig ausgegangen war. Zehn Minuten, nachdem Leon sein Frühstück begonnen hatte, kam George zurück. Leon Gonzalez schaute auf. »Du machst mir Sorgen, wenn dein Gesicht wie eine Maske aussieht. Ich weiß da niemals, ob du in besonders froher oder besonders trauriger Stimmung bist.« »Halb und halb«, erwiderte Manfred, während er am Tisch Platz nahm. »Ich war an der Fleet Street und habe die Berichte der Sportzeitungen durchgesehen. Wie kommst du denn auf die Idee?« Gonzalez sah ihn erstaunt an. »Zufällig traf ich auch Mr. Fair. Er erzählte mir, dass keine Spur von Gift in dem Körper des Toten gefunden wurde. Die Polizei wird Stephen Tableman heute verhaften.« »Das fürchte ich«, sagte Gonzalez ernst. »Aber warum hast du die Sportzeitungen durchgesehen?« Manfred beantwortete die Frage nicht, sondern erzählte weiter. Fair ist davon überzeugt, dass der Mord von Stephen Tableman begangen wurde. Er nimmt an, dass die beiden eine heftige Auseinandersetzung hatten, dass Stephen seine Selbstbeherrschung verlor und seinen Vater erwürgte. Scheinbar ergab die Untersuchung der Leiche, dass die Kehle des Professors mit außerordentlicher Gewalt zugedrückt wurde. Alle Blutgefäße am Hals sind zusammengepresst. Fair sagte mir auch, dass die Ärzte zuerst Vergiftung annahmen, aber es wurde nicht die geringste Spur von Gift entdeckt. Die Ärzte erklären, dass ein Gift, das den Tod unter derartigen Symptomen hervorruft, bisher vollständig unbekannt ist. Stephen Tableman ist schwer belastet, weil er sich in den letzten Monaten intensiv mit dem Studium geheimer Gifte beschäftigt hat. Gonzalez lehnte sich in seinem Stuhl zurück und steckte die Hände in die Taschen. »Ob er nun diesen Mord begangen hat oder nicht,« sagte er nach einer Weile, »sicher wird er früher oder später zum Mörder werden. Ich erinnere mich an einen Arzt in Barcelona, der die gleichen Zähne hatte. Er war ein guter Christ. Ein allgemein bekannter Mann, Junggeselle, hatte viel Geld. Es lag für ihn nicht der geringste Grund vorzumorten, und doch beging er dieses Verbrechen. Er tötete einen Kollegen, der ihm drohte, einen Irrtum aufzudecken, den er bei einer Operation gemacht hatte. »Ich kann dir nur sagen, George, wenn ein Mann solche Zähne hat.« Er machte eine Pause und legte die Stirn in Falten. »Ich werde fair um die Erlaubnis bitten, dass ich einige Stunden allein in Tablemans Laboratorium zubringen darf.« »Warum denn?« begann Manfred. Aber er unterbrach sich selbst. »Aber du wirst natürlich schon Grund dafür haben, Leon. Im allgemeinen Feld ist mir ja nicht schwer, solche Rätsel zu lösen. Aber diesmal bin ich doch etwas verwirrt. Ich glaube übrigens, dass du das Geheimnis bereits erraten hast. Nur sind gewisse Nebenumstände bei diesem Verbrechen außerordentlich verblüffend. Warum hat der alte Mann zum Beispiel die dicken Handschuhe angehabt?« González sprang plötzlich auf. Seine Augen leuchteten. »Was für ein Narr bin ich doch, dass ich das nicht gesehen habe. George, bist du sicher? Hat er dicke Handschuhe an?« fragte er begierig. Manfred nickte und lächelte über die Erregung seines Freundes. »Nun habe ich es.« González schnippte mit den Fingern. »Ich wusste doch, dass noch irgendein Irrtum in meiner Theorie war. Waren es dicke, wollene Handschuhe?« Plötzlich wurde er nachdenklich. »Ich bin nur neugierig wie zum Teufel. Er den alten Mann dazu bringen konnte, sie anzuziehen,« sagte er halb zu sich selbst. Mr. Fair gewährte Leons bitte gern, und die beiden Freunde gingen zum Laboratorium, wo sie von John Muncy erwartet wurden. »Ich entdeckte die Brille neben dem Bett meines Onkels,« sagte er gleich, als González eintrat. »Ah ja, die Brille,« erwiderte Leons zerstreut. »Kann ich sie vielleicht einmal sehen?« Er nahm sie in die Hand. »Ihr Onkel war aber sehr kurzsichtig. Ich bin erstaunt, dass er sie nicht immer bei sich trug.« »Ich glaube, er ging in sein Schlafzimmer, um sich umzukleiden, wie es gewöhnlich nach dem Abendessen tat,« erklärte Mr. Muncy. »Er hat sie dann wohl dort liegen lassen. Gewöhnlich hat er im Laboratorium ein Reserveglas, aber aus dem einen oder anderen Grund scheint er es nicht aufgesetzt zu haben. Möchten Sie allein im Laboratorium bleiben?« »Das war meine Absicht,« entgegnete Leon. »Vielleicht sind Sie so liebenswürdig, meinen Freund zu unterhalten, während ich mich umsehe.« Als die beiden gegangen waren, schloss er die Verbindungstüre zwischen dem Laboratorium und dem Haus und suchte dann nach der Brille, die der alte Professor trug, wenn er an der Arbeit war. Merkwürdigerweise ging er gerade auf die Stelle zu, wo sie lag. Er fand sie in einem großen Aschenkasten, der neben der Treppe stand, die zu dem Laboratorium führte. Es waren nur Scherben zu sehen, auch die Horneinfassung war an zwei Stellen gebrochen. Leon sammelte die Stücke auf, trug sie in das Laboratorium und legte sie auf den Tisch. Dann ging er ans Telefon und sprach gleich darauf mit Stephen Tableman. »Natürlich,« erwiderte der junge Mann erstaunt. »Mein Vater trug seine Brille während unserer ganzen Unterhaltung.« »Ich danke Ihnen. Mehr wollte ich nicht wissen.« González hängte den Hörer wieder an. Er trat zu einem der vielen Apparate, die in einer Ecke des Raumes standen und arbeitete eineinhalb Stunden lang angestrengt. Dann ging er wieder zum Telefon. Als noch eine halbe Stunde vergangen war, zog er ein paar dicke, wollene Handschuhe aus seiner Tasche, schloss die Tür auf, die zum Haus führte, und rief Manfred. »Bitte auch, Mr. Mansey, hereinzukommen,« sagte er. »Ihr Freund interessiert sich wohl sehr für die Wissenschaft,« meinte dieser, als er Manfred begleitete. »Ich glaube, er ist einer der glücksten Männer auf seinem Spezialgebiet,« erwiderte Manfred. Er trat vor Mansey in das Laboratorium. Zu seinem Erstaunen stand González in der Nähe des Tisches und hielt ein kleines Likörglas in der Hand, das mit einer fast farblosen Flüssigkeit gefüllt war. Es war nur eine schwache, blaue Färbung wahrzunehmen, und auf der Oberfläche der Flüssigkeit lag ein schwacher Dunst. Manfred schaute seinen Freund an, der dicke, wollene Handschuhe angezogen hatte. »Haben Sie Ihre Nachforschungen beendet?« fragte Mr. Mansey lächelnd, als er hinter Manfred eintrat. Als er bei Leon sah, erstarb das Lächeln auf seinen Zügen. Sein Gesicht erschien plötzlich hager und eingefallen, seine Augen tief, und er atmete nur mit Mühe. »Wollen Sie nicht einen kleinen Schluck aus diesem Glas nehmen, mein lieber Freund?« fragte Leon liebenswürdig. »Ein wunderbares Getränk. Sie könnten es mit irgendeinem alten Likör verwechseln, besonders wenn Sie ein kurzsichtiger, zerstreuter Gelehrter sind, dem jemand die Brille weggenommen hat.« »Was meinen Sie?« fragte Mansey heiser. »Ich verstehe Sie nicht.« »Ich versichere Ihnen, dass dies ein ganz unschädliches Getränk ist. Es enthält nicht das geringste Gift. Es ist so rein wie die Luft, die Sie hier atmen.« »Verdammt!« schrie Mansey, aber bevor er auf den Mann losspringen konnte, der ihn so höhnisch anredete, hatte ihn Manfred gepackt und zu Boden geworfen. »Ich habe an den ausgezeichneten Mr. Fair telefoniert. Er wird gleich hier sein. Ebenso Mr. Stephen Tableman. Ach, da sind Sie schon.« Es hatte geklopft. »Willst du bitte öffnen, George? Ich glaube nicht, dass sich unser Freund hier rühren wird. Und wenn er es doch versuchen sollte, werde ich ihm den Inhalt dieses Glases ins Gesicht schütten.« Mr. Fair trat ein. Stephen Tableman und ein anderer Beamter von Scotland Yard folgten ihm. »Hier übergebe ich Ihnen Ihren Gefangenen, Mr. Fair«, sagte Gonzales. »Und hier zeige ich Ihnen das Mittel, mit dem Mr. Mansey den Tod seines Onkels herbeiführte. Er wurde vermutlich durch die Aussöhnung seines Onkels mit Mr. Stephen Tableman zu der Tat getrieben. Er hatte es so gut einzurichten verstanden, dass das Testament zu seinen Gunsten geändert wurde. Und nun war all seine Mühe vergeblich gewesen.« »Das ist eine Lüge!« stieß John Mansey hervor. »Ich habe nur für dich gearbeitet. Das weißt du doch am besten, Stephen. Ich tat alles, was in meinen Kräften stand.« »Auch das war nur ein Teil des Gesamtplans, um die anderen zu täuschen, wie ich vermute«, sagte Gonzales. »Wenn ich nicht recht habe, können Sie doch ruhig dieses Glas austrinken. Es ist dieselbe Flüssigkeit, die Ihr Onkel an dem Abend zu sich nahm, an dem er starb.« »Was ist das?« fragte Mr. Fair schnell. »Fragen Sie nur den dort«, antwortete Gonzales lächelnd und zeigte mit dem Kopf auf Mansey. John Mansey drehte sich um und ging zur Tür. Der Polizeibeamte, der mit Mr. Fair gekommen war, folgte. »Und nun will ich Ihnen erzählen, wie sich alles zugetragen hat«, sagte Gonzales. »Dies ist flüssige Luft.« »Flüssige Luft?«, rief Mr. Fair. »Was meinen Sie damit? Wie kann man denn einen Menschen mit flüssiger Luft vergiften?« »Professor Tableman wurde gar nicht vergiftet. Flüssige Luft erhält man, wenn man die Temperatur der Luft auf 190 Grad unter Null verringert. Wissenschaftler benutzen sie zur Durchführung von Experimenten, und sie wird gewöhnlich in einer Stahlflasche aufbewahrt, deren Öffnung man mit einem Wattebau schließt, weil die Gefahr einer Explosion vorliegt, wenn man die Luft ganz absperrt.« »Oh, Gott«, rief Stephen atemlos vor Schrecken. »Dann war also dieser blaue Streifen am Hals meines Vaters. Man hat ihn durch die große Kälte getötet. Seine Kehle erstarrte in dem Augenblick, als er die flüssige Luft zu sich nahm. Ihr Vater trank gewöhnlich vor dem Schlafengehen ein Glas Likör, und zweifellos gab ihm Mann sie ein Glas flüssiger Luft, nachdem sie gegangen waren. Vorher hat er ihn irgendwie überredet, Handschuhe anzuziehen.« »Warum denn?« »Ach, er sollte natürlich die Kälte nicht fühlen,« meinte Manfred. Gonzales nickte. »Welche Kniffe Manse angewandt hat, werden wir vielleicht nie erfahren. Sicher ist nur, dass auch er selbst Handschuhe trug. Nach dem Tod ihres Vaters bereitete er dann alles vor, um einen anderen zu verdächtigen. Wahrscheinlich hatte der Professor seine Brille beiseite gelegt, als er sich anschickte, zu Bett zu gehen. Manse hat übersehen, dass der Tote noch Handschuhe trug.« »Meiner Ansicht nach«, sagte Gonzales später, »hat Manse schon seit Jahren den Plan verfolgt, seinen Vetter und seinen Onkel zu entzweien. Wahrscheinlich hat er auch die ganzen Gerüchte über den Vater Miss Favors aufgebracht.« Stephen Tableman hatte die beiden Freunde zu ihrer Wohnung begleitet. Gonzales erschrak plötzlich, als Stephen über eine seiner Äußerungen dachte. »Ihre, Ihre Zähne?« stotterte er. Stephen wurde rot. »Meine Zähne?« wiederholte er verwirrt. »Sie hatten doch zwei ungewöhnlich große Eckzähne, als ich sie das letzte Mal sah. Du erinnerst dich doch auch, Manfred.« Gonzales war in heller Aufregung. »Ich sagte dir noch...« Plötzlich lachte Stephen auf. »Ach, das waren meine falschen Zähne,« sagte er etwas verlegen. »Meine eigenen wurden mir bei einem Fußballspiel ausgeschlagen, und Benson, ein guter Freund von mir, der Zahnheilkunde studiert, hat mir zwei neue eingesetzt. Ich muss allerdings sagen, dass er ein schlechter Dentist ist, denn sie waren viel zu groß und sahen schrecklich aus. Ich glaube schon, dass sie ihnen aufgefallen sind. Ich habe sie mir von einem anderen Zahnarzt herausnehmen und durch neue ersetzen lassen. Ihr Unfall passierte dann am 13. September vorigen Jahres. Ich habe in der Sportzeitung darüber nachgelesen.« Gonzales sah George mit einem vorwurfsvollen Blick an. »Mein lieber Leon...« Manfred legte die Hand auf die Schulter seines Freundes. »Ich wusste, dass sie falsch waren. Genauso wie du entdeckt hattest, dass es außerordentlich große Eckzähne waren.« Ihr Unfall passierte am 13. September vorigen Jahres. Ich habe in der Sportzeitung darüber nachgelesen. Gonzales sah George mit einem vorwurfsvollen Blick an. »Mein lieber Leon...« Manfred legte die Hand auf die Schulter seines Freundes. »Ich wusste, dass sie falsch waren. Genauso wie du entdeckt hattest, dass es außerordentlich große Eckzähne waren.« »Als sich die beiden Freunde später allein gegenüber saßen, sagte Manfred...« »Um noch einmal auf die großen Eckzähne zurückzukommen.« »Wir wollen lieber von etwas anderem reden,« erwiderte Gonzales gereizt.